Wir sind hier in einer Kindertageseinrichtung der Stadt Aachen. Wir arbeiten nach dem offenen Konzept mit Fachbereichen und suchen für unsere Kindertageseinrichtungen pädagogische Fachkräfte. Jeder hat so seine eigene Werkstatt. Die Kinder können sich frei entscheiden, was sie dort machen möchten. Wie zum Beispiel Kunstwerkstatt oder Atelier eben experimentiere, auch baue und konstruiere. Wir dürfen unseren Praxisbereich frei gestalten. Unsere Einrichtung ist von 7 bis 17 Uhr geöffnet und da gibt es unterschiedliche Schichten. Man hat Frühdienst und hat dann zum Beispiel nach dem Tag mein Frühjahrschluss oder ich zum Mittag esse noch da. Die Teamarbeit ist sehr wichtig. Wir haben ein großes Team, knapp 20 Personen. Bunt gemischtes Team, also kulturell und alle Nationalitäten. Kein Tag ist wieder andere und das, finde ich, macht den Beruf so besonders. Wenn du Leidenschaft mitbringst für deinen Beruf, wenn du Spaß daran hast, Kinder bei ihren Entwicklungsschritten zu begleiten und zu unterstützen, dann bewerb dich hier bei uns bei der Stadt Aachen.